Jungs, wenn ihr wüsstet, wie innerlich schlecht es mir gerade geht, ähm, weil ich jetzt schon zum hundertsten Mal ungefähr dieses dumme, kleine, hässliche Aufnahmensymbol gedrückt hab, ja? Weil ich zum hundertsten Mal versuche, ein Live-Commentary aufzunehmen, ja? Weil zum hundertsten Mal irgendwas schief geht und weil ich locker schon zehnmal ein Live-Commentary jetzt eben aufgenommen hatte, was ich hätte nehmen können, aber dann hab ich mir gesagt, ne, ist mir zu schlecht, nehm ich nicht. Da hatten wir zum Beispiel ein Comeback, als ich in die Lobby gekommen bin, der Gegner hatte schon 18 Kills. Ich hab noch gewonnen mit dem FFA, ne, mich nicht. Hab ich gelöscht. Gute Idee, denk ich mir jetzt im Nachhinein. Klasse, Finn. Dann, neue Runde, mach mal ein schönes 30-3 oder so. War aber langweilig, hab ich gelöscht. Auch ne gute Idee, hm? In der Zeit hätte ich locker ein normales Commentary aufnehmen können. Aber Jungs, das lass ich nicht auf mir sitzen. So nen Scheiß lass ich nicht mit mir machen, ja? Deshalb werden wir jetzt das hier durchziehen. Koste es, was es wolle, ja? Egal, was das jetzt von mir abverlangt. Egal, was es sowohl physisch als auch psychisch von mir verlangt, ja? Ist mir egal. Wir spielen es jetzt. Und selbst wenn ich jede einzelne Runde verliere, oder jeden einzelnen Gunfight verliere, und 0 zu 45 stehe am Ende, das hier wird hochgeladen. Egal, was passiert, ja? Das hier wird hochgeladen. Und ich werde mich nicht beschweren über Tode, sondern ich werde loben, wenn Leute auf mich schießen und das gut machen, ja? Dann werde ich diese Leute loben. Denn... Warte, einer, nee. Äh, denn das ist doch das... Alter, er ist halt... Nice shot, nice shot. Hast halt ein bisschen Glück gehabt, beziehungsweise ich ein bisschen Unglück, ja? Kannst dir ja nichts für, dass du dahinter immer gespawnt bist. Ähm, und egal, was passiert, ob ich das jetzt verliere oder gewinne, wir werden das sowas von hochladen. Ich habe einen schönen Headshot hier geholt. Leider habe ich schon die ganze Tarnung. Ähm, und ja, ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass ausgerechnet jetzt eine gute Runde kommt, ja? Warum auch nicht? Und es fängt ja schon mal gut an, 2 zu 1. Ja. Ah, ich bin ein bisschen... Bisschen, bisschen ausgelaugt. Ach, nicht schlimm. Nice shot. Schön mit der Snipe kannst du umgehen. Ah, das ist ein bisschen Pech gehabt, Kollege, dass du ja trotz Pankiller gestorben bist. Ähm, ja, ich bin innerlich jetzt schon wirklich so ein bisschen ausgelaugt, weil viele von euch... Nein, niemand von euch wird das kennen, außer die YouTuber sind. Äh, wenn ihr ein Live-Contary machen wollt, das klappt einfach nicht. Und ihr wollt das Live-Contary eigentlich nur nutzen, um eine kurze Message zu verbreiten. Wie zum Beispiel die, die ich euch gleich vielleicht sagen werde, sobald ich mich nicht wieder... Sobald ich nicht wieder den roten Faden verliere. Und ihr müsst einfach hundertmal neu anfangen, weil ihr einfach nicht zufrieden seid mit dem... Wie es am Ende dann rausgekommen ist, oder was am Ende dabei rausgekommen ist. Und deshalb erklärt ihr hundertmal das, was ihr erklären wolltet. Ja, nice shot. Und, ähm... Ja, das macht es halt irgendwie ein bisschen nervig an irgendeinem Punkt dann, ne? Ähm, trotzdem werde ich jetzt noch einmal ganz kurz erklären, was hier los ist. Warum spielen wir FFA? Gute Frage. Bodenangelf lässt sich nicht mehr spielen. Nächste Frage. Warum kam in der Woche kein Video? Keine Ahnung. Nächste Frage. Warum hast du so ein krasses Aiming? Lüg mich nicht an. Ich habe kein krasses Aiming. Nächste Frage. Gibt es nicht. Nächste Frage. Dein Video... Dein wievielter Versuch ist, dieses Video aufzunehmen? Nice shot. 100. Nächste Frage. Was tust du, wenn du gestunt bist und von hinten abgeschossen wirst? Du killst ihn. Nächste Frage. Nice shot. Gibt keine Fragen mehr. 10 zu 4. Ist mir egal, wie das hier ausgeht. Ich gewinne das einfach und das reicht mir dann. Habe ich ihn gehört, ja? Geschaunt hurt, habe ich ihn. Ist halt doof, wenn du auf Wasteland ohne... ohne Ninjong spielst. Hast du eigentlich schon verkackt. Wenn du einen hast mit Headset, ne? Beziehungsweise wenn du einen deutschen hast. Ah, so ein kleiner Running Gag, dass ja jeder Headset... jeder Headset Deutsche hat, ja? Jeder Headset hat heutzutage einen eigenen deutschen. Das ist ein kleiner Running Gag auf YouTube, habe ich gehört. Da dachte ich mal, ja, auch mal einen kleinen Witz dazu. Gut. Jetzt fehlt uns noch ein Kill zum Harrier. Ich glaube, ich bin gleich tot. Alter, schaut der da auf mich? Okay, Franzose. Ja, nicht so schlimm. Harrier ist eh nicht so gut in diesem Spiel. Ich glaube, vor allem nicht auf Wasteland. Da macht er eigentlich nicht so viele Kills. Eigentlich macht er sogar fast nie Kills auf der Map. Deshalb war das jetzt nicht so schlimm. Da mache ich lieber weiter Gun-Kills, als mich auf meinen Harrier zu verlassen. Macht so eh viel mehr Spaß. Ganz vergessen den Scheiß. So ein Schuss, drei wenig ohne Host. Ah. Ah, wo ist er? Das war natürlich nicht so schlau von MrFuckLifeXD. Aber hey, der ist ja auch hier zum Lernen irgendwie, ne? Und dann, ja, schon wieder von hinten. Ist nicht so schlimm. Das hast du ja wahrscheinlich gut geplant. Hast darauf gewartet, dass ich mich umdrehe. Von daher, gut gemacht, Kollege Schnürschuh. Nehmen wir uns doch mal hier die Snipe mit Magazinerweiterung. Dann können wir mehr Clips machen. Nice. Aiming habe ich auch ein gutes mit der Snipe. Mein Spezialgebiet irgendwie. Aber ich glaube, davon halten wir uns mal fern von Snipes. Die sind nicht so angebracht hierfür. Gut. Fehlt uns noch der ein oder andere Kill. Ja, ist nicht so schlimm. Du hattest halt Painkiller. Kannst ja auch nichts für. Das kommt halt dann automatisch, wenn du mehrmals hintereinander stirbst. Und, ja, jeder stirbt halt mal. Hättest du jetzt nicht mitnehmen müssen, aber, ähm, ja, ist das halt. Ja, bin ich schon wieder tot. Ist nicht schlimm. Ähm. Das ist halt, Wasteland ist jetzt nicht so die schönste Map für FFA. Aber immer noch habe ich sehr viel Spaß hierbei. Weil, keine Ahnung, Zocken generell macht immer viel Spaß. Das ist auch immer mit Spaß verbunden. Das ist auch das Wichtigste für mich. Gewinnen und hohe Scores ist nicht das, was ich will. Spaß haben ist immer meine oberste Priorität. Und das ist der Grund, warum ich spiele. Ja. Dann machen wir jetzt einen Kill. Haben wir viel, brauchen wir noch für die Penetrator-Rakete. Und dann habe ich auch schon fast gewonnen. Ähm. Jusex. Meine Nemesis. Ja, ich bin auch deine. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt killen musste. Nächstes Mal bist du wieder dran. Oh, Mann. Ja, schade, Jusex. Ich wusste nicht, dass du das warst. Deshalb habe ich schon geschossen. Sonst hätte ich dir jetzt den Kill überlassen. Sorry. Wollte ich nicht. Na, Goatsman. Irgendwie das Gefühl, dass da gleich da eine Horde Menschen angelaufen kommt, sobald ich mich umdrehe. Oder auch nicht. Ist mir... Ah. Ich höre die doch. Ich höre die doch. Oh, Jusex. Sag mir doch Bescheid, dass du da kommst. Dann schieße ich auch nicht auf dich. Komm, hier. Machst du da einen. Killt mich wahrscheinlich, obwohl ich es voll weit weggesetzt habe. Komm, hier. Machst du auch noch einen Kill. Nee. Gut. Hera ist in der Luft. Einen noch bis zum Payflow und drei Kills freue ich noch. Aha. Was für ein Knecht. Der Endmost Axel. Habe ich das gerade richtig gelesen? Was für ein... Komm her, Junge. Scheiße. Bleib doch stehen, Mann. Hui. Boah, krasse Runde. 30-9. Super Gameplay, ja. Der Jusex auf Platz 1 mit 21-21. Gut gespielt. Auch von seiner Seite, finde ich. Ähm, hier sehen wir nochmal den letzten Abschuss von N7-Bapiti. Äh, schön mit dem Revolver. Ja, wirklich sehr schöner Schuss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt bin ich endlich durch mit der Scheiße. Ach ja, frohen Valentinstag, ihr kleinen... Forever Alone Loser. So wie ich, Mann. Ich bin auch alleine. Naja, okay. Ähm, verbringt den Abend schön. Schön... Setzt euch schön vor euren PC. Schaut meine Videos. Alle liken. Alle kommentieren. Alle favorisieren. Ähm, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.